Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K16. Wrestle Profile und heute machen wir Jack Swagger aka Donald Jacob Hager Jr. Er ist am 24. März 1982 geboren, er ist 34 Jahre alt und kommt aus Perry, Oklahoma und ist 1,93 Meter groß. Im August 2007 wechselte er zu Florida Championship Wrestling. Er war vorher ehemaliger Ringer und er fädelte dort zu Beginn mit TJ Wilson bzw. Tyson Kidd. Genau. Dann debütierte er am 9. September 2008 bei der ECW als Jack Swagger. Vorher war er mit seinem richtigen Namen aktiv, jetzt als Jack Swagger aktiv und hatte dann eine Fäde gegen Tommy Dreamer gehabt, welches er gewonnen hat und war auch für eine lange Zeit unbesiegt, forderte dann Matt Hardy zu einem ECW Titelmatch heraus im Januar, was er auch bekommen hat und auch gewonnen hat. Er war ECW Champion, verteidigte den Titel auch beim Royal Rumble. Seine erste Niederlage musste übrigens im Februar gegen Finlay kassieren. Seinen Titel verlor er auch erst im April bei Backlash gegen Christian und dann im Juni 2009 wurde er dann zu Raw gedraftet im Zuge der Donald Trump Storyline und hatte dann auch ein 3-on-1-Gaundle-Match teilgenommen gegen Randy Orton. Aber er hat sich auszählen lassen. Also er hat jetzt nichts Großes gezeigt, er hat sich da einfach auszählen lassen. Dann fehlte er eine Zeit lang mit MVP bzw. Montevius Porter. Genau. Jedoch verlor er diese Fäde. Dann hat er versucht um den US-Title zu kämpfen. Also er wollte US-Chap werden. Ist ihm nicht gelungen. Und hat es dann aufgegeben. Am 1. März 2010 qualifizierte er sich für das Money in the Bank Ladder Match bei WrestleMania 26. Was übrigens das letzte Money in the Bank Ladder Match bei WrestleMania war. Und er gewann das Qualifying Match gegen Santino Marella. Und bei WrestleMania 26 hat er halt wie gesagt teilgenommen. Und gewann dieses Match tatsächlich auch. Er hat den Koffer gewonnen und cashed ihn auch bei der darauffolgenden Smackdown ein. Gegen Chris Jerko, was zu diesem Zeitpunkt der schnellste Cash in aller Zeiten war. Weil der Rekord erst im späteren Verlauf eingestellt wurde von Kane bei Money in the Bank. Aber zu dem kommen wir auch noch ein bisschen. Wat? Wie gesagt, er hat den Koffer eingecached, nachdem Edge zuvor Chris Jerko attackiert hat. Daraufhin hat Zwerger es genutzt und hat eingecached und wurde dann World Heavyweight Champion. Er fädelte dann mit Big Show. Gewann diese Fäde. Dann fädelte er mit Rey Mysterio. Und hatte bei Fatal Forward ein Match gegen ihn gehabt. Und verlor dieses Match. Er verlor dieses Match gegen... gegen Rey Mysterio und verlor damit auch seinen Titel. Beim Rematch gegen Mysterio bei Money in the Bank konnte er den Titel auch nicht gewinnen. Nach diesem Match zeigte er sich als schlechter Verlierer. Attackierte Rey Mysterio und Kane hat die Gunst der Stunde genutzt und den Koffer eingecached. Und wurde damit auch World Heavyweight Champion. Dann hat Rey Mysterio auch Rache an ihm natürlich genommen. Und hat dann in ein No-DQ-Match Jack Swagger in den Golf von Mexiko reingeschmissen. Ja, nicht so schön würde ich mal sagen für Jack Swagger. Dann, später bekam er ein Maskottchen und zwar einen Igel. Also einen Adler bekam der gute Jack Swagger. Und dann war er noch bei Bragging Rights 2010 aktiv. Im Team SmackDown beim 7-on-10 Able Elimination Tag Team Match. Und, genau. Richtig. Genau, er war da aktiv, wurde aber dann von John Merson relativ schnell eliminiert. Bei TLC 2010 bekam er einen Triple Threat Match, eine Chance auf den IC-Title. Jedoch hat er dieses Match nicht gewonnen, denn Dolph Ziggler hat seinen Titel dort verteidigt. Genau. Oh je. Und nun? Ah, schade. Ah, jetzt habe ich... Oh, was macht er denn jetzt? Achso. Okay. Genau, dann... Ja, wie gesagt, er hat den Titel ja nicht gewonnen. Dann hat er sich mit Wikigero und Dolph Ziggler verbündet. War dann quasi mit ihm... Mit den beiden quasi in einem kleinen Staple, beziehungsweise mit Dolph Ziggler einem Tag Team. Eher. Und... Ja, verbündete sich wie gesagt mit denen. Am 16. Januar 2012 sicherte er sich sogar den US-Title von Zack Ryder. Verlore ihn aber knapp zwei Monate später an den guten Santino Marella. Dann kann man sagen, war es relativ still um ihn. Er war relativ irrelevant. Er hat sich auch von Dolph Ziggler und Wikigero getrennt. Also, sie haben sich gesplittet. Und... Später, im September 2012, nahm er sich eine Auszeit. Wollte dann quasi zurückkommen. Beziehungsweise auch vielleicht ein neues Gimmick holen. Was dann auch schließlich passiert ist. Denn im... Januar 2013 kehrte er zurück und war dann der patriotische Amerikaner. Also quasi a real American. Und... Ja. War dann amerikanischer Patriot. Dann hat er sich auch später einen Manager dazu geholt. Und zwar Sepp Coulter. Und man hat mit ihm einen großen Push geplant. Und zwar wollte man ihn zum World Champion pushen. Und den ersten Schritt hat man bei Elimination Chamber gemacht. Denn er hat das Chamber Match gewonnen. Und hat sich damit die Titelchance gegen Alberto Del Rio bei Wrestlemania gesichert. Und... Ja. Dann gab es aber einen kleinen Vorfall. Und zwar... Mitte... Februar 2013 Hat er... Ähm... Ja. Marihuana besessen. Und das war damals ja noch illegal. Beziehungsweise... Ich glaube Marihuana... Ist Marihuana illegal? Ne, keiner besessen. Ach, egal. Auf jeden Fall... Ja, Marihuana besitzt gab. Also er hat Drogenbesitz. Und... Wurde daraufhin auch verhaftet. Jedoch hat er die... Äh... Titelchance trotzdem bekommen. Beziehungsweise... Er war ja noch unter Alkoholeinfluss. Also er hat ja noch Alkohol genommen. In dem Sinne. Also... Ja. Er hat... Scheiße gebaut. Auf Deutsch gesagt. Er hat Scheiße gebaut. Und daraufhin... Ja... War sein Push dahin. Er hat zwar die Titelchance bei Wrestlemania noch bekommen. Jedoch hat er dieses Titelmatch verloren. Und wurde danach auch nicht mehr relevant. Er war dann in einem Tag Team mit Antonio Cesaro. Der am Ende noch Cesaro hieß. War dann in der Midcard. Damit gleichzeitig auch. Und waren dann quasi die Real Americans. Und dieses Tag Team hielt bis Wrestlemania 30 bis dahin sich... Äh... Ja. Overwarn mit We The People. Das war so das Markenzeichen von Jack Swagger. Beziehungsweise auch von den Real Americans. Was die Sache größtenteils Over gebracht hat. Bei Wrestlemania 30 haben sie sich gesplittet. Und dann ist Jack Swagger auch in Irrelevanz verschwunden. Kam dann wieder zurück zum SummerSlam hin. Und hatte eine Fäde gegen Rusev. Die er verloren hat. Und danach war er wieder irrelevant. Hatte zwischendurch mal kurzzeitig Fäden gehabt. Jedoch nicht von großer Relevanz. Soviel zur Karriere von Jack Swagger. Das Besondere. Er war ein ehemaliger Ringer. Und das sogar erfolgreich. Also er war ein erfolgreicher Ringer. Two time all American American. Hat man ja oft erwähnt. Und er wurde als neuer Kurt Angle gesehen. Also sollte der neue Kurt Angle sein. Das er natürlich nicht wurde. Weil er meiner Meinung nach nicht an die Innringfähigkeiten von Kurt Angle rankommt. Kurt Angle ist für mich einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten. Zusammen mit Eddie Guerrero und Chris Benoit. Aber auch wenn ich sagen muss, dass ich Eddie Guerrero ein bisschen als Nummer 1 sehe. Dann Kurt Angle und dann Chris Benoit. Das ist meine Meinung. Darüber gibt es ja immer Streit. Aber es sind alles 5 Star Innring Worker. Das denke ich mal. Ist denke ich mal jedem bewusst bzw. auch jedem klar. Das ist alles 5 Star Wrestlers. Aber die Rang ist es bei jedem anders. Genau. Titel. Er war einmal ECB Champion. Einmal FCB Florida Heavyweight Champion. Einmal United States Champion. Und einmal World Heavyweight Champion. Mir fällt auf, wie viele Leute einfach FCB Florida Heavyweight Champion sind. Also der Titel war nicht wirklich prestig. Trächtig. Oder? War er das? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall so viel dazu. Jack Swagger. Ein Mann, der groß gepusht wurde, aber es selber verbaut hat. Er hat einfach Scheiße gebaut. Und daraufhin, ja. Viel falsch gemacht. Weil hätte er nicht so viel Mist gebaut. Man weiß nicht, was mit ihm wäre. Ich finde es auch komisch, dass er überhaupt gepusht wurde. Weil ich finde ihn gar nicht wirklich gut. Aber Mike ist er schwach. Also er ist wirklich ein schwacher Mic Worker meiner Meinung nach. Er ist ja auch nicht wirklich Charisma verbunden. Also er hat nicht wirklich viel Charisma. Ich finde ihn eher charismalos. Also seine Ausstrahlung ist schwach. Resterich. Für mich kein Kurt Angle. Er ist okay. Bist gut vielleicht. Eher okay. Und sein Gimmick war nicht schlecht. Muss ich sagen. Es war kein schlechtes Gimmick. Jedoch wäre es vielleicht besser gewesen. Hätte er es nicht verbaut. Und meine Meinung. Ich bin kein großer Swagger Fan. So viel zu Jack Swagger. Die Bewertungen sind ja wie gesagt hier eingeblendet. Schreibt auch immer gerne in die Kommentare. Wie seht ihr Jack Swagger? Findet ihn gut? Findet ihr wirklich erste neue Kurt Angle? Meiner Meinung nach. Hell no. Aber das ist meine Meinung. Schreibt auch immer gerne in die Kommentare. Und da würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.